Hallo zusammen, ich bin Berser Gummibohm und willkommen zurück zu Let's Plays Ladies bei einem Aufstiegsmodus mit den Effekten. Ich muss sagen, es läuft zur Seite im Sieg nicht mehr super, aber ich finde es läuft schon besser, als es vorher gelaufen ist zeitweise. Ich habe jetzt zumindest die letzten paar Mal sind wir bis Level 3 gekommen, was so traurig es auch ist, eine Steigerung ist. Entferne eine Karte, dass du im Deck in den nächsten neuen Kämpfern. Okay, vielleicht... Ich meine, ich mache da immer das gleiche. Vielleicht will jemand mal ein Startrelikt? Vielleicht ist es das mal wert zu machen. Man braucht nicht jedes Mal einen fucking Blitz. Ironische Pyramide, interesting. Okay, ist mal zumindest das Neues. Zwei, drei, ich weiß, das sage ich jetzt öfter, aber was Neues ist immer gut, nicht wahr? Sonst wird alles langweilig und vorhersehbar und dann ist alles schrecklich. Ich mache da Gummibohm immer das gleiche, wir können mir zuschauen, muss ich wieder weinen. Immer dasselbe. Alright. Wieso kriege ich jetzt fünf, wenn du sagst, ich Ah, sie haben sie besser gemacht, oder? Früher hat man dann doch dafür nur vier Karten gezogen. Jetzt ist dem nicht mehr so. Ich meine, das bringt jetzt halt auch nicht wahnsinnig viel für einen Moment. He, he. Ah, beautiful. Einmal so, so, so. Ich meine, ich hätte auch Doppelentladung machen können. Ich kann mal das machen. Kann ich dann das nächste Mal noch Doppelentladung machen und du stirbst? Ich glaube. Meine Hand ist voll. Ich muss sagen, das gefällt mir gerade nicht schlecht mit der ironischen Pyramide von Anfang an. Gehe ich jetzt trotzdem Richtung Blitz. Mein Kugelblitz ist einfach ein nettes Kerzchen. Egal, was wir da oben rumstehen haben. Einmal, zweimal, dreimal für einen Moment. Es ist echt nett, dass ich das alles behalte. Sagen, I'm a fan. Einmal... Ich meine, ich glaube, wir wollen da... Wir wollen da aufs Ganze gehen. Jetzt sind gleich nochmal drauf. Jetzt brauche ich nur noch einen Schlag. And we good. Nope. Whoopsie. Whoopsie! My mistake. My mistake. Ich habe mich... Jetzt ist es doch mein Fehler. Ich gebe es zu. Bam. Alright. Batterieladen ist auch nett. Schleife. Hm. Hm. Welche Richtung will ich denn gehen? Ich darf mich nicht zu fest fahren. Ich darf nicht zu fest... Ich muss ja auch manchmal wieder neue Pfade nehmen, weil die Alten bringen es nicht mehr so wirklich gerade. Äh. Wir bringen dich mal in Schlag-Range für die nächste Runde. Und ich darf mir doch killen. Aber Bam's die, Bam's die Batterieladen. All das für eine ausgezeichnete Idee. Muss man auch schnell das raushauen und dann ist alles gut. Hologram ist schon meistens gut. Nimm mal Hologram mit. Obwohl ich jetzt immer Hologram nehme. Vielleicht sollte ich es mal wieder lassen. Irgendwann. Ich kann es auch übertreiben. Wir werden alle verteidigen los. Wir haben recht viele Verteidigen jetzt aufgenommen. Okay. Kugelblitz verteidigen. Damit natürlich wieder zu wenig verteidigen. Komm, sage ich. Wir haben recht viele Verteidigen aufgenommen. Sowieso. Ey. Klar. Ich glaube, nächste Runde haben wir es. Ja. Geht das Richtung Kralle, wenn ich das jetzt so mache. Ich glaube, es geht schon ein bisschen Richtung Kralle. Oder? Oder nicht? I don't know. Wir schmieden mal. Ich glaube, wir machen mal den Kugelblitz einfach besser. Wir brauchen genug Schaden oben beim Feuerradl. Na ja, wir gehen da durch. Wollte ich dann... Wollte ich in einem Shop vorbeikommen? Ich komme in keinem Shop vorbeikommen. Wenn ich den Shop haben will, habe ich ein Feuer weniger. Was mich mehr stört, als... ...keinen Shop zu haben. ...Kralle, Hologramm, Kralle und Schlag. Oh, ich dachte, ich hätte... Ich dachte, in die Batterie laden wäre 10 Block gerade. Ist das natürlich nicht. Keine Ahnung, wieso ich das dachte. Ja, wir haben dich... Uiuiui, Gott sei Dank habe ich das Verteidigen noch nicht gespielt gehabt. Das wäre schon wieder ärgerlich gewesen, nicht? Welche Rekursions-Schniersturm-Kälte? I don't know. Rekursion? I don't know. Kälte? I don't know. Ey, Kälte ist nicht so schlecht. Ich mache mal Kralle. Mache mal Blitz. Mache mal Batterie laden. Oder mache ich Batterie laden? Ja, weil nachher will ich es eh nicht mehr machen. Bitte nicht... Na, das ist jetzt eben schon sehr unangenehm, was du da aufhörst. Schlag, Schlag, Schlag. Und ich hau mir mal 12 Block rein. Will ich jetzt Doppelentladung machen? Ich glaube nicht, aber... Kugelblitz. Jetzt habe ich nur die Scheißdinger, ey. Ich glaube, ich mache mal... Ich weiß, ich weiß. Aber ich glaube, es lohnt sich vom Schaden her. Da werde ich jetzt wahrscheinlich gehen können, oder? Doppelentladung. Kralle. Kugelblitz. Alright. 31 Gold. Nein, das will ich eigentlich alles dabei nicht haben. 70 Gold und Matroschka. Ist eigentlich gut, um Matroschka gleich in der ersten Troje zu finden. Kann man sich jetzt fast gar nicht darüber beschweren. Wir machen mal das Batterie laden besser. Gehen ins nächste Fragezeichen. Und kriegen schon zwei. Holy shit. Nice. Und schmieden gleich weiter. Fröhlich. Blitz und Doppelentladung besser machen wir auch mal nicht. Aber zuerst das Hologramm, dass es nicht kaputt geht. Oh, die Kälte bietet sich hier eigentlich relativ an. Kommen wir leider auch noch auf den neuen Block. Was nicht so toll ist. Da wir machen es tatsächlich zuerst nicht fertig. Das ist jetzt schon eher schmerzhaft. Das muss ich zugeben. Jetzt haben wir geschwächt auch noch dazu. Einmal Kralle. Ich glaube, ich will lieber Kugelblitz machen. Dich killen. Jetzt können wir Doppelentladung raushauen. Und dann dich killen. Wonderful. Will ich jetzt? Ich weiß immer noch nicht, in welche Richtung wir gehen. Wir gehen irgendwie gerade in alle Richtungen. I don't know if this is a good idea. Ich nehme den Gletscher mal auch noch. Normalerweise würde ich das nie tun. Aber das, was ich normalerweise mache, hat jetzt nie funktioniert. So. Suchen wir mal neue Sachen. Ich meine, Pathograph ist jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich. Aber später. Nimm mal Karte los. Das kostet jetzt immer 50, gell. Das ist ja auch super nett. Verteidigen weg. Das will ich nicht unbedingt haben. Ich glaube, ich nehme mir Pathograph. Das wird später viel hilfreich. Ist das ja das gewesen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Und jetzt zerschmieden wir natürlich. Hätten wir so oder so gemacht. Aber ich meine Pathograph macht es noch eindeutiger. Mache die Kralle mal besser. Fängst du schon mal mit 5 Schaden an. Schon mal ein bisschen was anderes. Okay, hier hätten wir unseren Kampf beginnen. Definitiv Kugelblitz. Ich meine, die Kälte können wir so oder so machen. Das wird draufgehauen. Und das Gift. Yes, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Gehen wir nochmal den Kugelblitz. Bäm, ist die? Will ich jetzt schon Doppelentladung machen oder will ich mich nochmal verteidigen? Verteidigen wir noch einmal, wir haben es nicht zu eilig. Das passt schon. Okay. Dann nochmal Kralle. Doppelentladung. Blitz. Machen wir Batterieladen auch noch. Viel Energie fürs nächste Mal. Jetzt sind wir gerade ein Null. Machen wir Blitz. Äh, Schlag. 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 Aua. Ähm, dann machen wir mal Kralle. Doppelentladung. Kugelblitz. Hologram. Kralle. Sounds good. Däne. Machen wir mal Kugelblitz. Blitz. Will ich überhaupt Batterieladen? Machen wir Batterieladen einfach beim nächsten Mal, oder? Nein, machen wir Batterieladen. Kralle. Obviously. Äh, Gletscher vielleicht tatsächlich einfach. So, jetzt müssen wir dich dann langsam killen. Ach shit, die Kralle ist nicht mehr da. Hm, sollte sich trotzdem ausgehen. Bevor du jetzt deinen Mega-Attacke hier los wirst. Okay. Okay. Ähm. Na, will ich eigentlich alles nicht. Ich meine, verzerrter Fokus. So schnell kriege ich die Sachen doch nicht, oder schon? Na, I don't think so. Äh, wir machen das kein Gold mehr. Auch wenn... Ah, ich habe das Händlerentfernungsding hier. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen. Ich kann auch zwei Karten entfernen, zumindest. Oh, vier. Vier Feuer. Zwei Shops. Amen. Äh, das ist unschön. Oh, ist es da, ist es unschön. Au. Au. Machen wir mal Kälte. Machen wir mal Kugelblitz. Machen wir mal Hologramm. Kugelblitz. Schlag. Hätte ich nochmal verteidigen sollen. Äh, möglicherweise. Okay, wir kennen dich mal weg. Du wirst abhauen. I don't like that. One little bit. Äh. Ja, wir machen mal Schlag. Jetzt bräuchte ich schon einiges in Schaden. Hm, mehr als das? Actually. Um drei mehr als das. Das nervt mich. Das nervt mich sehr. Wenn ich das Gold jetzt nämlich nicht mehr zurückbekomme. Fällt mir gerade auf. Das heißt, wir haben nur noch eine Karte. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich meine, ich habe gerade ein Defragmentieren bekommen. Also ich sollte aufhören, dermaßen in der Gegend rumzuhallen. Aber still. Still. It hurts. Was soll ich sagen? It does hurt. It does hurt. Dann schlag los. Das war die letzte Karte, die ich losgeworden bin. Vielleicht doch das Samtalsband nehmen soll. Er wird Defragmentieren einmal. Dann machen wir ein Blitzchen und dann verteidigen wir zweimal. Ich will gleich einmal aufs Maul. Aber das war wohl vorherzusehen. Bämst du, bämst du. Ich glaube, in dem Fall hole ich mir jetzt tatsächlich den Kugelblitz wieder. Weil das bringt schon relativ viel, die 15 Schaden hier. Magst du mich nicht? Nein, du magst nochmal angreifen. Das finde ich unsympathisch von dir. Ich muss jetzt sagen, wie es ist. Das finde ich unsympathisch. Ich will einen kurzen Gletscher noch raus haben. Haufen benommen. Überrascht mich jetzt nicht sehr. Du wirst trotzdem hin. Fest. Neuen Hologramm? Weiß nicht. Die Kralle ist jetzt wieder ein bisschen unnötig gerade. Ich könnte jetzt hier sehr gut drauf gehen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich hier drauf gehe. Absolut im Bereich des Möglichen. Relativ schnell Viechis killen. Einmal der Kälte. Blitz. Batterie laden. Ich weiß eigentlich schon genug Block hier, oder? Naja. Naja, ich hätte nicht mal das Verteidigung spielen müssen. Nicht drotteln. Ah, egal. 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 Ist fein. Also nicht wirklich, aber let's say it's fein. Damit wir uns alle besser fühlen. Ähm, wir machen einmal Gletscher. Dann machen wir die Doppelentladung. Das hätte auf den anderen auch gehen können. Dann schießen wir da drauf. Also hauen da drauf. Besser gesagt schießen. Das ist ja eher weniger. Fast genug Block. Doppelentatieren hatte ich Gott sei Dank schon. Das ist eher hilfreich. Ähm, wir können dich mal so morden. Bitchis Gott, dann haben wir das da drauf. Muss ich jetzt gletschern? Ich muss eigentlich fast gletschern, obwohl ich... Eigentlich Leute killen sollte. Oh mein Gott. Ich kill sie nicht schnell genug. Ich kill sie nicht schnell genug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nochmal eine Kralle. Bämst die... Okay. Okay. Moment. Schlag. Noch ein Schlag. Batterie laden. Doppelentladung. Kugelblitz wieder schauen. Puh. Die Vogels. Hey. Die haben es schon in sich manchmal. Mit... Würde mich mehr Frost gar nicht so sehr stören. Wenn wir... Die ein Defragmentieren haben. So zu sägen. Hey. Einmal. Dreimal. Dreimal. Viermal. Ist das nicht eigentlich eine Elite? Bin ich bei einer Elite schon? Eigentlich so. Äh. 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 Ich stehe schon relativ kurz davor hier. Zu sterbieren. Was ich nicht schön finde. Äh. Machen wir mal so. Ich habe genug Block. Für einen Moment zumindest. Äh. Möglicherweise nicht verlangen. Äh. Da hinten ist nichts. Machen wir ein Kälte anbuch mal. Kälte anbüche sind nett. Dann machen wir ein Batterie laden. Machen wir ein Hologram. Batterie laden. Du sagst immer Genius. Jetzt sagst immer unglaublich viel. Energie. Nächstes Mal. Und wir haben schon genug Block. Ja. 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 Einmal das hier bitte. Den Gletscher bräuchte man glaube ich diesmal. Äh. Vielleicht die Doppelentlade. Äh. Vielleicht eine Kralle. Oh. Wir haben nicht so viele Blocken. Ich dachte. Ähm. You know what? Bye bye. Bye. Der verzerrte Fokus. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich. Vielleicht sollte ich nicht. Ja. Das ist wirklich der Elite. Das ist mir irgendwie entgangen. dass deine Elite rumhaukelt. Äh. Ich will mich mal auch kurz ausruhen. Und das ist möglich. Wer bitte. Äh. Zwei oder? Okay. Das sind beide nicht so toll. Aber hey. Das wird jetzt leicht gefährlich. Mit leicht. Ich meine ich. Unglaublich gefährlich. Sehr gefährlich. angsteinflößend gefährlich. Das meine ich damit. Hammer. Zwei Mal. Zwei Mal. Puh. Fünf Schaden. Okay. 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 Einmal definitiv. Wieso musst du so schreien. Gummibau. Ich versuche mich selber zu hypen. Versteht sie? Versteht sie, was ich meine? Please. Ähm. Mann, gerade. Wir wollen dich eigentlich ermorden. Aber Batterieladen bringt. Was? Damit wir jetzt nichts mehr Manikier haben. Vielleicht war das gar nicht nötig. Okay. 34. Das macht dich jetzt eher uns. Partisch ist es sich wieder mal vorschlagen. Wir morden dich. Und dann machen wir das. Und dann machen wir gar nichts. I guess so. Jetzt ist das optimal. Ninninninn. Ninninn. Ninninn. Please don't. Please don't. Hologram. Stirb. Okay. Du wärst da mal hin. Oh. Ich hätte die Kälte zuerst machen. Mein Fehler. Wir machen die Kälte. Machen wir jetzt Doppelentlandung? Na. Ich dachte immer so. Wie viel Block haben wir jetzt? Okay. Mehr als genug. Jetzt hab ich es ein bisschen übertrieben sogar. Mein Fehler. Mein Fehler. Mein Fehler. Weil irgendwann müssen wir das Perlian und Hustinette auch killen. So ist es ja nicht. Wir haben viel zu tun. Wir haben heisst es viel zu tun. Ähm. Immer dieser unnötige Block. Aber die mehr Energie. Die mehr Energie. Is amazing. Äh. Wir holen uns noch mehr Energie. Fürs nächste Mal. Ich hab das jetzt gemacht ohne nachzusehen. Ob das eine schlaue Idee war. Dass manche Leute vielleicht für Blödsinn halten werden. Possibly. Very possibly. Im Moment ein 29 Block und 35 Schaden. Not a fan. Not a fan whatsoever. Jetzt haben wir 39 Block. Was mehr Block ist als vorher. Math. Einmal da drauf gehauen. Können wir bitte einmal da Schaden aufhinkommen? Jetzt ist es nämlich unangenehm. Jetzt macht er wieder alles stärker. And I don't like this. Okay. Das macht 13. Okay. Wir müssen euch mal weggehen. Er wird nachher wahrscheinlich eh wieder deppert werden. Okay. Blitz. Schlag. Kale Tempo. Nein. Das Batterieladen machen wir diesmal nicht. Ich weiß nicht wieso. Aber ich hab irgendwie kein Bock. Jetzt diesmal das Batterieladen schon wieder zu machen. Jedes Mal das gleiche. Beimst die. Beimst die. Dann doppeln. Dann Kugelblitz. Dann noch ein Schlag und Wiedersehen. Okay. Das hätte auch schlimmer laufen können. Kunai. Könnte ebenfalls schlimmer sein. Ich glaube ich brauche nicht noch ein Kälte. Ich meine es ist schlecht noch ein Kälte zu haben. Hm. 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 I don't know. Äh. Ich ruhe mich nochmal aus. Oh. Jetzt darf ich mir eine Karte nehmen. Obwohl ich mich ausgeruht habe. Ich meine. Ich mach gerade ein Hybrid Deck. Ich weiß nicht wie gut das Hybrid Deck ist. Aber ich. Bisher war es eigentlich ziemlich leihwann. Muss ich sagen. Ich muss jetzt nicht nochmal ausruhen. Würde ich sagen. Bisher war es echt nicht schlecht. Das Hybrid Deck. So let's see. Wie gesagt. Ich darf nicht so festgefahren sein. Oh. Ich darf nur das nehmen. Oder nur das nehmen. Okay. Einmal. Oder vielleicht sollte ich noch festgefahrener sein. I don't know. Das ist mein Problem. Ich weiß es nicht. Hm. Aua. Ich meine. Die haben wir mal auf alle Fälle. Which is nice. Äh. Du wirst jetzt. Dass ich das nächste Mal keine Angriffe ausspielen darf. Dann würde ich doch vorschlagen. Wir spielen diesmal die ganzen Angriffe aus. Hab ich jetzt schon genug Block? Ja. Bin ich in die Topf? Was? Dann würde ich dann die Doppeltanung machen. Good point. Ich meine. Da kann man sich ja auf euch fast vorbereiten hier. Wenn man so schön. Kencelt. 24. Wie viel haben wir? Äh. 32 Block. Ihr macht 34 Schaden zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt. Wir machen einen Blitz. Und dann. Haben wir. Es ist genug Block. So weit, so gut. So weit, so wie geplant. Äh. Noch mal eine Kalle. Und dann weißt du mal hin, weil du nervst. Jetzt kriegen wir noch mehr Geschicklichkeit. Ist auch nett. 16. 24 Block. 20 Schaden. Easy. Hey, Katze. Maunst du mich gerade an? Bist du da oben und maunst du mich an? Oder habe ich jetzt schon Halluzinationen? Ich glaube, ich habe Halluzinationen. It's fine. Ähm. Es passiert mit dem Alter. Schlag. Ja, ich meine. Dann muss ich der Weidelblitz jetzt eigentlich auch nicht spielen. I don't know. Ähm. Einmal. Drei Mal. Drei Mal. Jetzt können wir Blitz spielen. Vier Mal. Fünf Mal. Und ich habe mehr als genug Block. Also behalten wir uns die Verteidigen für den Moment. Shit. Oh, das ist echt ein Problem, wenn ich Karten nicht erschöpfen kann und die Wunden gehen nicht weg. Leute, die mir Wunden geben, sind echt ein bisschen ein Problem. Hey, fällt mir gerade auf. Wir müssen die Verteidigen dann zumindest mal loswerden. Um Platz zu schaffen. Ja, I agree. Meine Hand ist voll. Das könnte noch, äh. Problematisch werden. Kralle. Und wie ich meine. Die Kralle. Wir müssen nicht heilen, weil wir ja eh automatisch heilen. 64. Hm. Das ist eigentlich ein ganz netter Anfang. Ich meine, die Kälte sparen wir uns natürlich auch für den nächsten Zug. Äh. Dann haben wir schon zwei Gegner mehr. Das ist sehr selbsterklärend, würde ich mal sagen. Ähm. Ich hätte das anders machen sollen. Äh. Wie viele haben wir? Wir haben 22. Macht es 24 Schaden. Äh, fuck. Äh, fuck. Gletscher ist unangenehm. Den hätte ich echt gern wieder. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Wir haben da einmal drauf. Wir haben nochmal drauf. Wir machen Hologramm. Und hauen nochmal drauf. Weil dann macht es ja eigentlich ganz gut Schaden. 16 Block ist genau das, was wir brauchen. Also nix weiter verschwenden. Also wir haben hier sogar nochmal 8 mehr. Wegen den. Äh. Dingsbumsies. Terminus Technikus. Wegen den Dingsbumsies. Ähm. Wir können mal eine Doppelentladung machen. Dann machen wir das. Dann machen wir Gletscher. Jetzt haben wir wahrscheinlich mehr als genug Block. Indeed. Dann hauen wir da nochmal drauf. Warum habe ich eigentlich eine Stärke mehr? Ah, wegen Warschrauben. Einmal auf dich. Äh, ich würde das umgekehrt machen sollen. Mein Fehler. Aber ich glaube, die nächste Kralle. Hauen wir dann wieder hier drauf. Einmal. Zweimal. Ähm. Jetzt machen wir das. Äh. Machen wir doch den Schlag. Und dann nochmal Kälteeinbruch. Ach, Weihnachten. 58 ist jetzt eh unangenehm. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wegen dem Block. Jetzt haben wir mal das drauf. Batterie laden. Verteidigen. Nochmal verteidigen. Tun wir mal ein bisschen verteidigen. Wir nehmen immerhin 44 Block. Das könnte doch schlimmer sein. Dann hauen wir mal eine Kralle drauf. Dann hauen wir mal eine Kralle drauf. Dann machen wir das. Dann hauen wir mal eine Kralle drauf. Dann machen wir Doppelentladung. Kugelblitz. Da brauchen wir ein bisschen mehr Angriff. Bämst die. 16 mal 2 ist doch eher viel. Machen wir Gletscher. By the way, Kralle. Dann einmal Kälteeinbruch. Noch einmal Blitz, damit wir eins von denen auslösen. Kommen wir auf 33. Damit kein Schaden dabei. Und jetzt langsam sind die Krallen doch recht deftig. Donnerschlag. Nicht wirklich. Ich meine, manche. Vielleicht soll ich mir das noch nehmen. So als. Ich meine, wie viel. Ich kriege halt von. Ich kriege nicht so viele actually. Und am Anfang bringt es mir halt nichts. Und ich meine, als Abschluss habe ich eigentlich eh schon die Krallen. Ich glaube, hätte ich gesagt, nein. Habe ich schon Energie mehr? Ich habe schon Energie mehr. Also nicht chronische Kuppel. Tränke. Ich meine, ich kann Tränke benutzen. Nehmen wir das mal. Ich meine, mehr Tränke schaden zumindest nichts. Tränkgürtel wäre nicht schlecht. Das ist für die Krallen jetzt nicht unbedingt super, das da oben. Aber naja, das sollen wir machen. Zwei, drei, kann ich vier Feuer ohne zwei Elite haben? Darauf ist scheinbar nein. Das ist mir nicht so taugt. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem die Elite machen dann. Warte mal. Das ist auf alle Fälle. Da muss ich kurz überlegen. Eigentlich nicht wirklich. Wir machen das und das. Wir kommen auf fast genau richtig. Einen Schaden steckt man eine Weile mal ein. All right. Das wird jetzt schon ein bisschen nervig sein gerade, muss ich sagen. Kill dich mal weg. Haben den nötigen Block. Ja, hol mal einen Blitz raus. Nur damit wir mehr Blitz haben dabei. Einmal, zweimal. Verteidigen. Das reicht jetzt. Mehr brauche ich dabei auch nicht. Machen wir mal Batterieladen. Einmal Kralle. Hologram. Das reicht gerade nicht. Das ist immer mal das. Kralle. Äh, Kälte im Buch war schon wieder zu viel. Naja, Fick. Ähm, nochmal Gletscher. Nummer 14 Block. Wiedersehen. Nein, verbessert es in die Augen. Hätte ich es nehmen sollen. Oh, Karte loswerden wäre geil. Kein Fluch bitte, weil ich kann hier nie wieder loswerden. Okay, let's fight. Verletzt wären wir. Aber es ist mir lieber als der Fluch. Sieben Trefferpunkte. Okidoki. Ich meine, ich muss nicht. Aber was bringt mir das? Karten möglicherweise. Ja, gehen wir da doch, I guess. Natürlich können wir auch aufs Maul bekommen. Ist auch nicht schön. Das Batterieladen für 10 Block mal. Ist jetzt wenig Block. Ich hätte es natürlich umgekehrt machen sollen, damit ich den Block noch bekomme. Das ist wenig Block. Das ist extrem wenig Block. Das ist extrem, extrem wenig Block. Au. Wollte ich nur mal sagen. Fucking Au. Ah, nämlich Kralle. Kälte. Ah, ich hatte vorhin noch die. Ma, wenn ich depple, dass ich den zuerst kille und dann Kälte mache. Das ist echt schon next level stupid. 19, du musst 18. Also können wir uns das Verteidigen halten. Einmal da drauf. Einmal da drauf. Nein, wir blocken gerade noch nicht genug. Und das gefällt mir nicht. Aber sonst, wir kommen langsam dazu, glaube ich. Langsam kommen wir da wo rein. Na, jetzt hört es doch mal auf, so viel Schaden zu machen. Wie ich sage, langsam kommen wir da wo rein. Okay, du wirst mal hin. Ich glaube, wir haben immer noch zu wenig. Ja, ja, ja. Wir haben einiges zu wenig. Sieben Schaden zu wenig machen wir. Ist das knapp die ganze Zeit. Stirb halt einmal. Solange wir überlegen, haben wir, überlegen, überleben, haben wir halt immer einen Vorteil, weil die Krallen eben dann extrem sind. Es kommt schon so langsam dahin. Nein. Ich meine, könnte man auch machen, aber, ähm. Das war ja nicht wirklich. Kapazität könnte eigentlich fast das bringen, aber bringt es dermaßen viel eigentlich nicht. Das war ja nicht wirklich. Hatte ich block den entgegen? Please don't kill me. 33 Schaden finde ich wieder eher unsympathisch von mir. Muss ich jetzt leider in aller Deutlichkeit sagen. Wir blocken allerdings 34. Damit ist es halb so schlimm. Wir blocken momentan 22, was in dem Fall wohl nicht wirklich genug ist. Jetzt blockt man 29, was sich dann doch ausgeht. Wir kriegen einen ordentlichen Block zusammen. Eigentlich richtig cool. Durch die Krallen auch. 45 Schaden bin ich jetzt wieder übertrieben. Killen? Liegt nicht drin, glaube ich. Aber, äh, shit. Und ich habe einmal zu wenig verteidigt. Oh, der muss blablabla, 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 blablabla. Jetzt hätte ich noch einmal verteidigen sollen. Obviamente. Ich glaube, das ist stupid. Fokus dran gefällt mir besser als das hier. Nichts davon gefällt mir, aber es ist leider ein bisschen problematisch, falls wir jetzt hier... Genau, ein Gegner haben. Nice, that worked perfectly, didn't it? Okay, machen wir mal das. Geh mal, Kralle. Wir haben nur... Zwei Angriffe. Ist so deppert. Ich dachte, ich hätte noch einen dritten. Mach Batterieladen für die Energie. Geh defragmentieren. Hologram. Batterieladen für die Energie. Gletscher. Das hier. Jesus Christ. Einen Schaden machst du dabei, aber besser wird es den immer, leider. Nochmal einen Schaden. Jetzt haben wir einmal verteidigen. Also verteidigen wir zweimal. Ich mache trotzdem die Doppelentladung hier. Oh, damn it, hey. This is not easy. Jetzt da, das haben wir gekälter im Buch. Ich brauche so viel Block hier die ganze Zeit. Das ist echt ein bisschen wängstigend. Nein, ich glaube, ich brauche den fucking Block. 21. Au, wow. Stop it. So viel Schaden. Jetzt sind wir auf genug, okay. Das ist jetzt, wir haben nachher auch noch den Elite, oder? Ja, this is gonna be bad. This is gonna be... 11 plus 10. 11 plus 10. 1 und... We got you. Ähm... I'm scaled. Okay, okay. Ausruhen. Ich dachte kurz, wir haben den Elite gleich vorne im Lagerfeuer. Ich will nochmal gletschern machen. Nochmal Kugelblitz. Mal Batterie laden. Ich weiß Gott nicht. Nein, das ist doch... Kriege ich nur die anderen nicht. Okay, du. Du! Mein Fokustank ist auf mir. Vorsorglich. Wollen wir mal Gletscher und Batterie laden. Sind wir auf 25 Block. Du machst 24 Schaden. Haben wir dir das drauf und das. Und äh, alles ist gut für den Moment. Wohlgemerkt, für den Moment. Doppelentladung. Jetzt ist schon wieder alles nimmer gut. Alles ist schon wieder definitiv nicht mehr gut. Ich kriege da leider keinen Kunai mehr ausgelöst. Und schon wieder 11 Schaden eingesteckt. Okay, jetzt haben wir mal den Fragmentieren. Was durchaus eine ganz nette Sache ist. Äh, eigentlich möchte ich die Kralle haben. Aber ich habe nicht genug geniegt. Nein, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Defense, Dude. Ich meine, jetzt habe ich viel zu viel Defense. Nee. Hätte man intelligenter lösen können. Höchstwahrscheinlich. Wollen darfst du mal drauf? Ich meine, die muss ich trotzdem verwenden zumindest. Naja. Die muss ich trotzdem verwenden zumindest. Wird sie das nächste Mal besser werden. Auf was hocken wir jetzt? Jetzt hocken wir schon auf 27 Block. Du machst 24 Schaden. Ich meine, die ganzen Karten jetzt zu spielen bringt nichts. Außer... Wie viel haben wir? Einmal noch. Und dann haben wir noch eine Geschicklichkeit. Ja, that's worth it. So, jetzt wollen wir austeilen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Rest bleibt für den Moment. Jetzt wollen wir eigentlich wieder nicht austeilen. Die Kralle spiele ich trotzdem. Vielleicht... Na, sollte ich nicht machen. Ich sollte immer warten mit den Krallen. Aber ich kann dann keine neuen Karten ziehen. Was auch nicht so wichtig ist. Okay, ich glaube, ich hole mir die Kralle zurück und behalte sie diesmal. Weil es irgendwie doch ein bisschen mehr Sinn macht. Das bringt auch alles nichts. Ich meine, muss ich überhaupt... Ja, ich muss noch irgendwas verteidigen. Warte mal, so verteidige ich und mache beim nächsten Mal noch mehr Angriff. Ne, 22 und noch einen verteidigen. There you go. Und ich meine, noch einen für was? Ja, damit ich mehr Karten ziehen kann. Okay. Let's go. Jetzt haben wir Kralle 1 und Kralle 2 hier. Was sehr nett ist. Dann den Kugelblitz. Dann auf jeden Fall Kälte in Bucht. Dann auf jeden Fall Schlag. Dann auf jeden Fall Doppelentladung. Und dann weißt du hin. Alright. Gremlin Horn ist nicht schlecht. Fertigkeitstag. Kühlerkopf taugt eigentlich auch. Wobei wir eigentlich jetzt nie zu viele Karten haben werden, oder? Vielleicht braucht es einen kühlen Kopf aus. Sonst weiß er eigentlich nicht. Hey, wir ruhen aus. Weil jetzt bietet es mir dermaßen an. Vielleicht sollte ich ihn doch nehmen. Messschieber qualt mir grundsätzlich eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Sehr gut qualt mir das. Äh, okay. Da ist die Kälte gerade doch eher eine angenehme Angelegenheit. Jetzt würde ich gerne mal... Nein, jetzt würde ich gerne mal Kralle machen. Actually. 11 Block haben wir noch nicht, leider. Will ich jetzt nochmal blocken? Und ich würde nochmal... Ah, nein. Jetzt haben wir genau 11. Wir haben genau 11. Haben wir eine Idee. Und wir haben Kunai ausgelöst. Das reicht mir für... Moment. Die fragmentieren wäre ganz nett. Kein der fragmentieren. Shit. Greift die alle an. Holy Crap. Wir machen mal Doppelentladung. Einmal Gletscher. Einmal verteidigen. Ich meine... Ich blob nicht annäherend genug. Äh, haben wir hier nochmal Kälte hinterher? Yes, Chris. Jetzt sind wir auf 50. Ja, jetzt verteidigen wir genug. Okay, nett. Äh, dann hauen wir die nicht noch raus. Okay. Einmal Kugelblitz. Kälte. Einbruch. Schlag. Uh, uh, uh. Der fragmentieren gefällt mir. Dann machen wir Blitz. Jetzt haben wir eh genug. Flop, ja. Zumindest haben wir das fragmentieren mal bekommen. Das ist auch nett. Äh, und ich muss mehr daran denken, dass ich meine, meine, ähm, Tränke ja die ganze Zeit verwenden darf, eigentlich. Wir handieren mal drauf. Obwohl du, du bist eigentlich der Quärlichere. Fällt mir gerade auf. Drillan. Nochmal verteilen wir mal auf 9. Ja, da sind wir auf genug. Also machen wir es so. Und hauen da noch zweimal drauf. Nochmal Kunai ausgelöst. Du bist das nächstes Mal hin. Jetzt machst du dich diesmal stärker. Ähm, wir haben da noch eine Kralle drin. Also könnte ich die mir, ja, mal holen. Dann schlagen wir dich. Dann krallen wir da drauf. Hauen noch einmal zu. Noch einmal zu. Doppelentladung. Nice. Will ich mir noch einen Sprung nehmen? Der wäre schon, ich glaube ich nehme mir noch einen Sprung. Der ist schon nicht schlecht, aber wir den Kunai die ganze Zeit auslösen. Ich glaube ich kann noch mal schmieden hier vor der Melite. Damit ich das immer am Anfang bekomme. Was ist das Wichtigste? Ich meine, die spiele ich eigentlich immer. Mache ich den Gletscher mal besser. Da sind ja drei Block mehr. Es ist auch nicht so wahnsinnig viel jetzt. Du, du kannst es noch unangenehm werden. Du kannst echt noch unangenehm werden. Richtig unangenehm. Mh, not a fan. Auch von diesem Anfang bin ich kein Fan. Weil das wird gleich richtig kacke. Was ich gleich an... Oh Gott. Verteidigen benötigen werde in der nächsten Runde. Ist insane. Und wir müssen anfangen Leute zu killen. Ja. Fuck me. Ähm, das sind zumindest mal viele von denen. That's something. Die zwei Kre... Okay, Moment. Ich habe insgesamt... 18... 25 Schaden. That's not enough. That's not enough. Moment. Moment, Moment. Okay, okay. Egal, meine Idee. Mal das so. 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 Werfen. Okay, okay, okay. We're getting somewhere. We are getting somewhere. 32, 41. Ich bin mittlerweile auf 37 Block. Muss man ja nur noch das machen, oder? 43. Egal. Ich meine, das finde ich jetzt auch nicht sehr freundlich, dass du mich geschwächt hast. Ich kenne mir allerdings trotzdem weg. Von dem her macht es nicht so einen großen Unterschied. Laden wird mal... ...hier rausgefetzt. 34 finde ich auch wieder. Unschön. Einmal Batterie laden. Warte, wir haben mal die Doppelentladung. Uh, das war ziemlich nice. Kugelblitz. Was haben wir jetzt da alles drin? Ich könnte noch einen Kugelblitz machen. Oder noch einen Batterie laden. 26. Wir brauchen nicht mehr Block. 33. Knapp zu wenig Block mit dem Hologramm alleine. Man, ich kann sie mir einfach holen. Ich muss ja nicht mehr spielen. Kralle. Kralle. Kälte, ein Buch ist zumindest Schaden. Nochmal Schaden. Ja, schauen wir drauf, dass wir das nächste Mal wieder ein bisschen mehr Energie haben. Dass du nicht stirbst, finde ich, hat es gerade wieder eher deppert. 41, 49. Ja, es geht sich wieder aus, aber jetzt... Nein, es kommt noch nicht jetzt, der nächste. Okay. Die Kralle killt dich, which is nice. Hologramm. Kralle. Ah ja, die Wunden werden auch noch zum größeren Problem werden. In Kürze. Wir müssen ein bisschen... Wir müssen die verteidigen loswerden, damit ich bessere Karten bekommen kann. Ah, jetzt haben wir dich. Oh, Schuriken noch dazu. Das ist auch geil. Das ist halt der Endgegnis leider nicht der richtige dafür. Aber sonst ist das gerade ziemlich geil. Schuriken auch noch. Mit 40 fängst du gleich an. Können wir mal... Wobei, jetzt ist so... Gehen wir mal... Drei Runden lang verwundbar. Braucht... Ne, vielleicht brauche ich dich jetzt schon verwundbar, actually. 16. Okay. Wir blocken mal alles. Schauen, wie es weitergeht. Defragmentieren is not too bad. Ah, der Rest gefällt immer wieder weniger. Na, wir müssen das leider auch auslösen. Äh, jei. I don't like it. Es ist schon auf 60 und ich kriege einfach nichts gebacken hier. Mein Deck ist gerade ein bisschen zu langsam für den Kampf, ja. Kralle oder Batterieladen? Ich meine, ich habe nicht genug... Batterieladen bringt mich zu viel... Vielleicht am ersten Kugelblitz, actually. Jetzt tut mir richtig weh. Okay, zwei Krallen. Einmal. Zweimal. Jetzt sind wir mal noch auf 62. Nicht so optimal. 32 unten. Oh, damn it. 25, okay. Aber er kommt noch einmal, oder? Ja, mit 80. Insane Damage. Gekeilt einfach. Für Batterieladen und Sprung machen. Das heißt, ich mache noch eine andere Sache, oder? 51. This is not good. Ah, ein übler Gegner. Ein übler Gegner für mich. Abschöpfen ist manchmal gut, aber auch nicht immer. Bringt Kapazität jetzt wirklich was? Ich glaube eben nicht. Ich glaube, es ist mir lieber, ich löse sie aus. Oh ja, das ist leider... Es bleibt mir im Deck, was ein bisschen nervig ist für mich. Ah, die zwei Wahnsinn. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Ausruhen müssen wir diesmal. Obwohl, ich weiß, dass ich... Maybe? Na, 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 na. Wir probieren es jetzt einfach so, wie wir das gemacht haben. Obwohl, ich weiß, dass ich hier heile, weil ich heile immer noch nicht ganz auf. Mh, okay. Das wird natürlich getrunken. Das Gift wird natürlich draufgeahnt. Kein guter Anfang. Nice. There we go. Gleich einmal Fettschaden einstecken. So muss es sein. Okay. Zumindest ist Defragmentieren relativ früh gekommen. Wenn ich... Dann machen wir den Schlag... Okay, jetzt darf ich es nur nicht übertreiben. Und dann... Wenn der Beist zu übertreiben. Aber ich glaube, das ist aus langer Sicht wahrscheinlich gut. Ein Kugelblitz noch. Das Hologramm behalte ich derweil. Oh mein Gott, I don't know. 48 bist du komplett wahnsinnig. 48 Schaden. Fuck. Okay, wir müssen verteidigen. Clearly. Ja, das sind derweil nur Angriffe. Doppelentladung. Keltenbuch. Sprung. Ja, also meine drei Karten, oder? Die ich hier spielen sollte. 150. Soll ich denn das da blocken, bitte? Okay, jetzt mal eine Kralle. Dann das Hologramm. Und die Kralle zurückzuholen. Dann die Batterie laden. Blitz. Rest kann ich nur behalten. Boah, nicht. 51. Ich meine, das ist jedes Mal 51. Das ist schon ein bisschen insane. Liebes Spiel. Ja, das verteidigen. Das ist nicht wirklich, was ich brauche dabei. Er muss einfach alles... Ja. What has to do? Derweil macht jetzt nicht wieder 51. Zwei Krallen sind, glaube ich, das Beste, was ich hier machen kann. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht. Ach, 23. Na, na. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht. We're pretty dead, huh? Was könnte ich denn zurückholen? Irgendwas? Ich meine, am meisten bringt mir Gletscher. Viel zu wenig verteidigen. Das reicht immer noch hinten und vorne nicht. Das bringt mir noch am meisten Verteidigen dazu. Ich bin auch tot, oder? 36 plus wie viel ist es? Ich bin noch nicht ganz tot. Okay, 12 mal 3. Wie soll ich mich hier verteidigen gegen das? Monster. Mein Batterieladen. Ich würde halt gerne doch noch 3 Schläge zumindest hinkriegen, damit wir... ...wieder das auslösen. Aber... Das nächste Mal kann ich wieder nur 2 Sachen machen. Ist schon ein bisschen ein Scheißgegner, für das, was ich versuche zu tun. Okay, diesmal können wir dich auslösen, ohne groß Gefahr zu laufen, which is amazing. Ich kann leider nur wieder 2 Mal machen. Was nicht amazing ist. Was das Gegenteil von amazing ist. Ich fühle mich sehr tot. Also wir machen definitiv mal... Ich meine, die Krallen bringt zumindest was dabei einmal. Kralle. Kralle. Gletscher. Können wir noch einen Gletscher machen? Wie viel ist das? 42 Schaden. Momentan sind wir auf... 27 Block. Komme ich auf 41? Nein, 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 nein. Das reicht nicht. Bei mit Hologram... Naja. Mit Hologram reicht's. Das kostet mich ein bisschen weniger Energie, das so zu machen. Und ich kann mir wieder eine Kralle nehmen. Weil ich... Ich meine, eh noch ein bisschen mal Schaden machen. Ich hätte die andere Kralle nehmen sollen, natürlich. 48 reicht. Wie sind wir? Wir sind bei 0. Das heißt... Aber ich meine, einfach noch mal Schaden machen. Bringt wahrscheinlich am meisten hier. Aber das macht mehr Schaden. Aber jetzt sind wir schon wieder auf 8. Ich habe gesehen, viele... Ich vergesse immer, dass ich unglaublich viele Karten spiele. Auf einmal 14 mal 3 wieder. Ähm... This is bad. Ich kann vier Karten spielen. Also Doppelentladung. Kälteeinbruch. Sprung ist einmal logisch. Bin ich momentan auf 34 Block. Bin ich fast killt, aber noch nicht ganz. Jetzt ist die... Nein, ich behalte die Kralle und spiele den Kugelblitz. Wenn ich jetzt ganz viele Krallen ziehe... Oh, fuck. Ich habe mich verschätzt. Ich dachte, ich könnte... Oh, mein Gott. Ich glaube, ich hätte den nächsten Zug killen können. Aber er hat die noch mal stärker dazu bekommen, gell? Das war das Problem wahrscheinlich. Noch mal stärker dazu bekommen. Das war jetzt knapp, möchte ich nur gesagt haben. Das war ziemlich knapp. Ich hoffe, wie mir das hat Spaß gemacht, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lass doch mal Nektar oder mir nicht den Schell. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba. Baba.